Hallo, Apple hat heute das iPhone SE 2020 vorgestellt und ich möchte mit euch heute kurz darüber reden, über die Ausstattung und ab wann es in den Handel kommt und wie viel es kostet. Viel Spaß! Dann schauen wir uns mal an, was es so gibt. Und zwar ist das iPhone SE auf der Bauform vom iPhone 8 basierend. Das heißt, rein optisch hat sich da nicht viel verändert zum iPhone 8. So wie ich es verstanden habe, kann man auch das Zubehör weiterhin nutzen. Also alle Hüllen und irgendwelche Dockingstationen etc., die für das iPhone 8 oder das iPhone 7 war ja glaube ich auch noch dasselbe und iPhone 6, das war ja rein von der Optik und vom Äußeren her, hat sich ja da meistens nicht viel geändert. Das kann man wohl alles nutzen. Wie gesagt, alles basierend darauf, auf diesem iPhone 8 Design. Weiterhin haben wir natürlich ein robustes Gehäuse, auch wieder dieses Aluminium-Design. Vorne Glas, hinten Aluminium, ich sage mal ein klassisches Design. Vom Display her sind wir mit 4,7 Zoll am Start. Ist natürlich jetzt nicht so wie die aktuellen High-End-Flaggschiffe mit diesen großen Displays. Vorne nur noch Displays, das ist bei dem iPhone 8 halt nicht gegeben. Man kennt das iPhone 8 Design. Das ist hier beim iPhone SE halt auch eingeflossen. Es ist quasi komplett so übernommen worden. Die HD-Auflösung bleibt da quasi auch alles dabei. Das einzige, oder das heißt das einzige, aber was wirklich gut ist, die haben im aktuellen iPhone SE jetzt den Prozessor vom iPhone 11 Pro, also der aktuell schnellste Chip auf dem Markt. Den haben sie jetzt hier im iPhone 11, ja, im iPhone SE eingebaut. Und ich würde sagen, damit seid ihr für die nächste Zeit echt gut gerüstet. Also das ist wirklich ein super High-End, schnelles und kleines Gerät. Also besser geht es zurzeit nicht. Aus diesem Chip heraus holen sie dann scheinbar auch einige Dinge für die Kamera, die dann quasi auf der Kamera des iPhone 8 zwar basiert, aber von der holt man sich wohl mit dem Prozessor noch einiges raus. Was sie uns dann hier so ein bisschen zeigen, im Portrait-Modus und Tralala und Tiefenkontrolle etc. Ich habe jetzt das iPhone 8 nie am Start gehabt, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie es besser oder schlechter ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es mit dem iPhone SE doch etwas besser ist. Das Ganze oder wahrscheinlich deutlich besser. 4K-Auflösung, Videos, ist auch alles am Start mit der Kamera. Der Home-Button ist wieder zurückgekehrt, was heißt, oder wenn man bei dem Design vom iPhone 8 bleibt, dann ist der halt jetzt wieder vorhanden, im Gegensatz zu den aktuelleren iPhones. Das wird viele freuen, weil viele das wohl lieber nutzen, als die Gesichtserkennung oder andere Dinge zu entsperren. Datenschutz ist natürlich klar bei Apple immer sehr gut. Dann scheint es auch Schutz vor Wasserspritzern. Ich muss mal kurz lesen, 1 Meter Wasser geschützt für 30 Minuten. Also es scheint auch wasserfest zu sein. Natürlich jetzt nicht zum permanent tauchen geeignet, aber wenn es mal ins Wasser fällt, kann man es rausholen, abwischen und es geht weiter. Ja, dann Akku. Mit einer Ladung bis zu 13 Stunden Video wiedergeben. 18 Watt Netzteil in 30 Minuten von 0 auf 50 Prozent laden. Also, da geht scheinbar einiges. Die Größe vom Akku wird hier leider nicht angegeben. Müssen wir nochmal gucken. Naja, das sieht irgendwie nicht so aus. Aber das ist schon mal eine Ansage. 13 Stunden Video und 30 Minuten auf 50 Prozent hochladen. Da kann man nicht meckern. IOS 13 kennt man vom iPhone 11 Pro und 11 R und was weiß, XR, was es alles gibt. Ich, wie gesagt, ich habe kein iPhone. Ich bin ein Android-Nutzer. Deswegen kann ich da jetzt gar nicht so groß mitreden. Aber ich werde es mir besorgen, das iPhone SE. Und dann schauen wir uns das mal genauer an. Das kommt in drei verschiedenen Farben. In Schwarz, in Weiß und in Rot. Ich finde die rote Version persönlich am besten. Vorne Schwarz, hinten Rot. Das ist genau so mag ich das. Und es gibt natürlich noch jede Menge mehr. Es gibt schnelles WLAN, Wi-Fi 6, die AR-Funktionalität, wo man dann halt, was weiß ich, spezielle Gegenstände im Raum platzieren kann. Zum Beispiel bei der Ikea-App oder solche Dinge gibt es auch. Dann haben wir Stereo-Audio-Aufnahmen. Haptic Touch ist auch wieder verfügbar. Und, so wie ich das hier lese, gibt es sogar Dual-SIM mit zwei Nummern, mit einer i-SIM. Also ist das im Endeffekt genauso wie beim iPhone 11 Pro jetzt gerade aktuell. Kann man echt nicht meckern. Dann gibt es natürlich noch reichlich Zubehör, ist klar. Du hast ein Android, warum du wechseln solltest. Okay, das werde ich mir vielleicht mal kurz zu Gemüte führen. Das iPhone macht das Leben leichter. Kann ich einfach zum iPhone wechseln? Ja, wenn du von Android zum iPhone wechseln musst, musst du deine Daten vorher nicht zwischenspeichern. Lade einfach die Move to iOS aus dem Google Play Store runter. Okay, warum ist die i-Kamera so beliebt? Okay, gut. Das muss man jetzt nicht bis ins Detail auftröseln. Wir gehen mal kurz noch rein und schauen mal, wie die Preise jetzt liegen. Und zwar schauen wir das hier oben bei Preise. Kurz laden. Da ist gerade ganz schöner Ansturm wahrscheinlich. Alle wollen das lesen und gucken und machen. So, und da haben wir die 64 GB Version. Kostet 479 Euro. Die 128 GB Version kostet 529 Euro. Und die 256 GB Version kostet 649 Euro. Für Apple ist das gut oder günstig, sagen wir es so. Ich würde wahrscheinlich zur 128 GB Version tendieren. Das reicht mir vollkommen aus als Speicher im Gerät. Natürlich ist bei iPhone nirgends der Speicher erweiterbar. Aber das ist ja mittlerweile auch bei vielen Android-Geräten so. Einzig bei Huawei, die mit ihrer NM-Card da noch ein bisschen rummachen. Und Samsung, glaube ich, die bieten das auch noch an. Aber die meisten machen es schon nicht mehr. Ja, das war ein kurzer Überblick zum neuen iPhone SE 2020. Wie gesagt, das kommt ab dem 17. April zum Vorbestellen. Und ab dem 24. April, wenn ich das vorhin irgendwo gelesen habe. Ach Gott, ich finde es gerade nicht. iPhone, Abholung, Lieferung nicht möglich. Irgendwo habe ich es vorhin gelesen. Ich bitte mir ein, es war der 24. April. Ab dem Tag wird es ausgeliefert. Also ich hoffe, das kleine kurze Video hat euch irgendwie ein bisschen weitergeholfen. Ihr habt die kurzen Informationen bekommen, die ihr brauchtet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer TechNerd. Ciao.